Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über das LoopDeck CT, eine Creator-Konsole, die ich schon seit längerer Zeit benutze und warum ich sie so gut finde und was du damit machen kannst, aber auch wo die Grenzen liegen, das siehst du in diesem Video. Viel Spaß! Disclaimer gleich vorab, LoopDeck hat mir diese Konsole für dieses Video zur Verfügung gestellt, aber ich darf meine Meinung frei äußern. Fangen wir an mit der Konsole an sich. Ich zeige sie gleich mal hier in die Kamera. Ich hoffe, das funktioniert, wenn ich das ein bisschen ranzoome. So sieht sie aus. So habe ich sie mir zumindest konfiguriert, wie du sehen kannst. Typischerweise arbeite ich vor allen Dingen mit Videoschnitt, aber auch mit Bildbearbeitungsprogrammen. Ich kann zusätzlich noch hier auf meine Webseite zugreifen mit einem Shortcut, weil ich dort öfteren wegen dem Online-Shop noch darauf zugreifen muss. Aber ich habe auch die Möglichkeit, den Media Player anzuspielen, um Musik zu hören. Ich kann die Uhrzeit ablesen, also all das ist natürlich machbar und noch vieles mehr. Das ist das, was ich so hier in der LoopDeck-Konsole erstmal konfiguriert habe, womit ich quasi tagtäglich arbeite. Sprechen wir gleich über die Haptik und die Verarbeitung. Die Konsole fasst sich sehr wertig an, wurde aus Kunststoff und in der Oberfläche aus Metall gearbeitet, aus Aluminium, um genau zu sein. Das heißt, alle Tasten und Knöpfe fassen sich metallisch an. Bis auf diese Tasten hier, die sind aus Plastik. Das Rad ist aus Metall. Diese Drehregler sind aus Aluminium. Die Oberfläche ist aus Aluminium. Die Rückseite aus Kunststoff. Ich kann das mal umdrehen. Da hast du auch Anti-Rutsch-Füße dran. Die Konsole kannst du nicht konfigurieren, dass sie etwas höher steht. Das heißt, dass sie noch mehr zu dir geneigt ist. Das geht leider nicht. Aber du kannst sie, wenn du sie auf dem Schreibtisch so platzierst, doch recht gut einsehen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwie der Blickwinkel seltsam ist oder nicht passt, wenn du damit arbeitest. Die Optik ist natürlich sehr aufgeräumt. Typisch schwedisch. Ein sehr minimalistisches Design. Also Funktionalität und Minimalismus stehen hier im Vordergrund. Und wie man das nicht anders kennt von den nordischen Ländern, hat auch hier der Hersteller-Loop-Deck darauf geachtet und dafür gesorgt, dass das Ganze sehr ordentlich und aufgeräumt aussieht. Ich kann mir all die Buttons natürlich frei belegen. Aber in den Grundeinstellungen sind sie recht fest. Zumindest was das Zurück angeht. Oder wenn du in das Menü komplett zurück möchtest, wo du im Ursprung gestartet bist. Das ist immer fest. Ansonsten kannst du fast alle Tasten komplett frei belegen. Am schönsten finde ich selbst persönlich, dass ich hier dieses große Wheel habe. Mit diesem Rad kann ich in jedem Programm schnell durchswipen. Ich kann verschiedene Clips schneller durchscrollen. Ich kann mir die Uhrzeit anzeigen lassen, wenn ich möchte, zwischendrin. Ich kann für die Farbwahl hier zwischendrin umschalten. Ich kann die Schärfe einstellen. Ich kann quasi über dieses Multifunktionsrad in der Mitte, was eine Touch-Funktion auch auf dem Display hat, alles Mögliche, was in der Tiefe nochmal gebraucht wird, auswählen und ganz klein sozusagen im Detail nochmal feinjustieren. Das finde ich besonders herausragend. Es gibt auch keine Konsole, die mir zumindest bekannt ist, die sowas hat. Alle anderen Sachen sind natürlich ein bisschen ähnlich zu anderen Konsolenherstellern. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was man mit so einer Konsole alles macht. Und du kannst damit zum einen natürlich Bilder bearbeiten. Das heißt, du kannst in deinen Lightroom hineingehen oder in deinen Photoshop oder was für ein Programm du auch immer nutzt. Ich selbst habe es mit Photoshop und Lightroom größtenteils jetzt so benutzt und da funktioniert es wirklich sehr, sehr gut. Und die Bildbearbeitung ist eine andere. Das muss ich ganz klar dazu sagen. Es ist ein Unterschied, ob du mit einer Maus am Regler drehst oder irgendwo hinziehst, damit du die Farbtemperatur bekommst, damit du die Schärfe bekommst, damit du die Helligkeit oder die Tiefe in den dunklen Schatten so bekommst, wie du sie möchtest, als wenn du mit einem Drehregler drehst. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, dass du im Bild nochmal tiefer drin bist, weil du das Bild selbst sozusagen mit den Reglern anfasst. Das klingt jetzt komisch, ist aber so, dass es ein ganz anderes Bild bearbeiten, als wie gesagt mit der Maus oder mit der Tastatur. Und ich habe das Gefühl, du bist damit, wenn du es ein bisschen geübt hast und das Ganze in der Stammherren übergegangen ist, dass du deutlich schneller damit bist, auch effizienter. Vor allen Dingen, was so Situationen angeht, wie eine Kopie erstellen von dem Bild oder schnell mal die Helligkeit anpassen oder schnell die Einstellungen kopieren. Da gibt es zwar auch Shortcuts im Lightroom, aber mit einer Taste zu arbeiten, ist bei vielen Bildern auch dann deutlich schneller. Also habe ich jetzt nur fünf Bilder zu bearbeiten, dann kann ich auch die Shortcuts verwenden, aber habe ich jetzt 5000 Bilder oder 500 Bilder, dann ist das schon ein Unterschied für mich. Und so ähnlich ist es auch in der Videoverarbeitung. Ich kann euch das auch mal zeigen. In der Videoverarbeitung hast du, da ich Final Cut größtenteils benutze, hast du auch die Möglichkeit, dir ganz einfach durchzuswipen. Ich kann mir vor allen Dingen die Clips recht schön anzeigen lassen. Ich kann sie mir noch mal besser und effizienter darstellen lassen, als ich das mit der Maus könnte. Und ich könnte das auch alles anpassen über die Regler in der Software, aber das wäre wirklich sehr fummelig. Und da finde ich es cool, dass du mit dem Loop Deck CT an den Reglern dann drehen kannst und dir die Timeline so groß und klein und zusammenschieben auseinanderziehen kannst, wie du das möchtest. Vor allen Dingen für die Darstellung, für das Audio finde ich es wirklich richtig gut, dass ich das mit schnellen Zugriffen noch mal deutlich besser, effizienter für mich anzeigen lassen kann. Aber ich kann auch schneller zwischen den Clips wechseln, also von Clip zu Clip springen, ohne dass ich jetzt scrollen muss mit der Maus oder dass ich aufpassen muss, wo ich hingehe. Sondern wenn ich schnell an einen ganz anderen Punkt vom Projekt möchte, geht es mit dem Regler deutlich schneller und effizienter für meine Begriffe. Loop Deck liefert natürlich eine Software mit, die du dir dann runterladen kannst, wo du dich anmelden musst mit einer E-Mail-Adresse und da stellst du quasi einen Account. Und über diesen Account kannst du auch in der Software dann dein Loop Deck, welches Modell du auch immer hast, dann selbst konfigurieren. Das heißt, du kannst alle Tasten anfassen, du kannst die nochmal umbenennen, du kannst die ganz anderen Funktionen zuordnen, du kannst ganz andere Zuweisungen festlegen, du kannst aber auch Tasten leer lassen, du kannst es auch rauslöschen, wie du das möchtest. Du kannst außerdem in dem Marketplace für verschiedene Anwendungen, die auch noch verschiedene Overlays oder verschiedene Profile herunterladen. Da gibt es einige, die sind kostenlos und da gibt es einige, die kosten dann Geld. Je nachdem, was du möchtest, was du brauchst. Und natürlich kannst du auch das Ganze für das Streaming benutzen, also nicht nur fürs Bilder bearbeiten, fürs Video bearbeiten oder für Grafikprogramme, sondern du kannst das Ganze auch für Live-Geschichten benutzen, wenn du beispielsweise zwischen verschiedenen Kameras umschalten möchtest oder musst. Wenn du verschiedene Settings in deinem Overlay brauchst oder möchtest, dann kannst du das Ganze auch mit dem Loop Deck dir erstellen und kannst es dann während der Live-Session abrufen, das geht auch. Da gibt es auch im Marketplace direkt einen extra Button, einen extra Bereich, was diese Overlays angeht, also auch an die Leute, die unter euch jetzt streamen und live gehen, an die ist auch gedacht. Das heißt, das könnt ihr eins zu eins integrieren und könnt das dann super verwenden. Natürlich kannst du aber auch mit dieser Konsole über die Programme hinaus auch dein komplettes System steuern. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich kann damit beispielsweise bei mir auf meinem Mac-System ganz einfach den Musikbereich aufrufen, also dann öffnet er mir den Musikplayer. Ich kann durchscrollen zwischen den Liedern, ich kann die Lautstärke einstellen, ich kann mit das Anzeigefeld generell nochmal einstellen und ich kann aber auch zu den ganz normalen Menüeinstellungen vom Rechner auch reingehen mit einer Taste, mit einem Tastendruck, wenn man so möchte. Das kannst du alles selbst frei belegen. Das heißt, du kannst von der Uhrzeit bis zum letzten kleinen Pinsel in deinem Bildbearbeitungsprogramm gefühlt fast alles dir so vorkonfigurieren, dass du mit dem Loop Deck dein komplettes System, deinen kompletten Rechner damit bedienen kannst, und das ist schon richtig cool. Also wer das gern nutzt, wer so effizient arbeiten möchte, für die Personen ist es wirklich ein Segen, dass es das gibt. Und was ich am Loop Deck CT besonders gut finde, ist einfach, dass es nochmal größer als das Loop Deck Live ist. Das hatte ich ja auch schon da, dazu habe ich auch ein Video gedreht bisher und das könnt ihr auch gern mal hier oben in den Shownotes, ich habe das oben mal verlinkt, auch gern nochmal anschauen. Und da war mein Kritikpunkt, dass das Ganze ein bisschen zu klein ist für mich, mir fehlt darunter noch ein Bedienfeld. Bei Loop Deck hier bei dem CT finde ich das deutlich besser gelöst, weil ich hier unten nochmal die Möglichkeit habe, hier unten noch die Taste mir anders zu belegen. Ich habe dieses Rad, ich habe die Uhrzeit. Für mich selbst ist das nochmal ein etwas größeres Benefit als zum Loop Deck Live. An Kritik muss ich sagen, habe ich auch einige Dinge mir aufgeschrieben im Vorfeld, und das ist vor allen Dingen die Darstellung hier auf dem Desktop. Ich habe am Anfang gesagt, du kannst das Loop Deck wunderbar einsehen, du kannst alles ablesen, das stört nichts, das ist auch kein schlechter Neigungswinkel. Aber ich hätte mir gewünscht, wenn man einen Bügel dazu geliefert hätte, wo man das Ganze gut abstellen kann, vielleicht sogar an der Höhe justieren kann, damit man das Ganze entweder sehr schräg, sehr steil oder etwas flacher einstellen kann, das geht leider nicht. Das hätte ich mir sehr gewünscht und ich hätte mir gewünscht, dass die Tasten vielleicht auch aus Metall gewesen wären, einfach um die Haptik komplett rund zu machen. Weil das Ganze natürlich dann im Erscheinungsbild aus einem Guss gewesen wäre. Was die Bedienung in der Software angeht, muss ich sagen, da habe ich den Eindruck, dass es hier und da bei einigen Programmen, aber das ist wieder, denke ich, auch Adobe so ein bisschen geschuldet, teilweise etwas verzögert dauert, bis das Programm dann automatisch erkennt, dass du mit Loop Deck drin bist, dass du es benutzen möchtest. Grundsätzlich schaltet Loop Deck automatisch um, wenn du in Lightroom beispielsweise reingehst oder in Final Cut. Das funktioniert unproblematisch, aber es kann passieren, dass du, wenn du die falschen Settings eingestellt hast, im Loop Deck Programm, wenn du quasi kein Admin über deinen Rechner bist, im Benutzerprofil, dann kann es sein, dass einige Tasten nicht funktionieren, dass quasi die Basics nur funktionieren, wie Bildauswahl oder rückgängig machen oder duplizierende Ebene. Aber wenn du jetzt die Farbe einstellen möchtest, wenn du den Weißabgleich einstellen möchtest, wenn du zuschneiden möchtest, dann kann es sein, dass diese Funktionen nicht funktionieren, weil du im Loop Deck nicht die Admin-Rechte hast, beziehungsweise teilweise dauert es auch einen Moment, bis es dann durch Verzögerung reagiert. Also da müsstest du selbst mal schauen, ob das bei dir ein Problem ist. Denn ich habe in verschiedenen Foren gelesen, dass das ein Problem sein kann, wenn du Loop Deck benutzt und die falschen Admin- oder Nicht-Admin-Rechte bei dir in deinem Benutzerprofil eingetragen wurden. Zum Schluss zeige ich es euch nochmal in die Kamera, damit ihr das Loop Deck auch nochmal sehen könnt. Für mich ist es, wie gesagt, zusammenfassend ein sehr sinnvolles, ein sehr ergänzendes Tool in meinem Workflow. Loop Deck hat das Ganze wirklich sehr durchdacht auch rübergebracht. Nicht nur die Verarbeitung ist tip-top auf einem sehr hohen Niveau, sondern auch die Software kannst du für dich, wie gesagt, sehr gut anpassen. Du kannst gefühlt alles einstellen, was du am Rechner einstellen kannst und damit auch übertragen kannst auf dieses Panel. Und selbst an die Streamer wurde gedacht, auch die können mit verschiedenen Overlays und verschiedenen Möglichkeiten der Konfigurierung auch damit arbeiten. Finde ich nur einen sehr sinnvollen Schritt von Loop Deck, auch an diese Zielgruppe zu denken. Demzufolge sollte jeder, der öfter Bilder bearbeitet und sehr häufig auch Videos vielleicht schneidet, durchaus darüber nachdenken, vielleicht dieses Panel sich mal anzuschauen. Vielleicht hat es einen Freund von dir oder du kannst es dir gebraucht irgendwo mal schießen, etwas günstiger. Denn ganz billig ist das Ganze natürlich auch nicht. Aktuell ist der Listenpreis bei um die 500 Euro. Das ist schon erstmal ein Brocken. Aber wenn du deine Zeit umrechnest in Geld, die du dir sparst durch den besseren Workflow, denke ich, hat das Ganze durchaus Sinn, vielleicht hier oder da mal zu überlegen, vielleicht zu einer Anschaffung zu gehen. Ich hoffe, das war ein bisschen spannend. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich. Und ich hoffe, ich konnte Loop Deck euch ein bisschen näher bringen. Denn es gibt noch mehr Konsolen von Loop Deck, nicht nur das CT, es gibt auch das Live und das Loop Deck Plus, womit du auch arbeiten kannst. Die sind im Preissegment auch etwas niedriger. Also alle, die jetzt nicht gleich 500 Euro ausgeben möchten, sondern erstmal damit starten wollen, die können sich durchaus das Loop Deck Plus auch mal anschauen, was auch ein sehr, sehr gutes Panel ist. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Lust darauf machen, das Ganze näher anzuschauen. Vielleicht mal ein bisschen auszuprobieren. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!